So, meine Damen und Herren, habe ich mir kurz eine Klappe gemacht und war auch kurz einmal pinkeln. Oh, und das wird eine sehr, 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 sehr schnelle Folge werden. Äh, Entschuldigung. Äh, ups. Weil ich einfach mal dem Auto nicht klarkomme. Also, heißt, mehr, sehr wenigstens. Und jetzt, 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 jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist ein Rennen, das schwachsinnig ist. Ja, das ist ein Rennen, das ist ein Rennen, das ist ein Rennen. was ich jetzt schon gemacht habe, hat gescheitert. Zwei sind es hinten noch. Wie gesagt, den einen hier. Das ist das Rennen, was wir hier gerade gefahren sind. Eins gegen eins hätte ich vielleicht siegen können. Habt ihr ja gesehen, aber mir war das vollkommen egal. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs zu gucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank.